Hallo und herzlich willkommen im YouTube. Hier ist euer Let's Player Mr. X. La Banana und zeigte euch heute sein erstes Shakespeare-Let's Play. So, ich wollte schon vor 16 Level ein Let's Play hier drüber machen, nur es hat irgendwie nicht mit Kim Taser geklappt. Und dann bin ich hingegangen, habe es nochmal nach einer Weile versucht und das wäre dann jetzt hier. Ich zeige schon mal meinen neuen Account, XLB, auf dem RTL-Server. Ich spring gleich mal in die Taverne rein. Und das können wir kurz mal überspringen. Den stärkeren brauche ich gar nicht, weil ich zeige euch das mal. Hier. Rüstung, Stärke. Rüstung, Glück. Da habe ich jetzt nichts besseres gefunden. Rüstung, schon wieder Glück. Rüstung, Stärke. Ja, aber Stärke, hier habe ich Stärke. Glück, Stärke, Stärke, Stärke. Also ich will eigentlich normalerweise noch stärk hoch machen, weil das Glück war jetzt mal versehen, sieht man auch. Guck mal, das ist nicht gerade hoch. Dann gehen wir mal schauen, hier die Ausdauer noch ein bisschen hochpegeln. Und dann noch Gulp. Der hat auch noch zu viel Ausdauer für mich. Ich drücke mal auf den... Ach, das war doch mal wieder sicher. Oh, 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 ach, lol. Aber es ist noch mal gut gegangen, dass wir einen Lund haben... Ach, nein, oder? So, egal. So, dann zeig ich mal die giltige TDS. Ja, geht eigentlich eigentlich Rang 16 sind wir sogar, obwohl es nicht gerade gut aussieht. Munko Park, da ist ein Freund, da hat man dem Munko Park von Server 1 nachgemacht, aber Munko Park war der stärkste Spieler auf allen Servern. Ich habe es gesehen, nachgeguckt und hat sich leider gelöscht. Schauen wir mal weiter. Mopelt, so, der steckt es in unserer Gilde. Ulgo, Nover, Bestivia 10, Jojosis, was ihr für Name, Manfred, Fallen Gamer, Black Power, Lord Paul, BAM, Phil Fin 50, Lead King, Tieflein. Und das war's auch schon. Dann, irgendwie gerade mal in der Einhaltung, weil es wie genau besteht hier, pack. Jupp, dann schon habe ich gerade gemacht, dann machen wir gleich mal Taverne wieder. So, ich spring gleich mal rüber zu meinem anderen Account, der wird 122. Zuck, zuck. So. Ich habe das jetzt extra mal kurz angezogen, mehr Ausdauern, mehr Stärke, weil jetzt geht's rund. So, aber erstmal nochmal, wir zeigen. Epic. Epic, 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 Epic. So. Kritische Treffer ist eigentlich gut. Gilde, das zeige ich auch mal gleich. Magic Bowl, Level 232. Hansi, unser Stärkster hier. Bertoli, Gurgateps, Klapper, Herzli, Fianon, Dardan, Flo, Medulin, Juliana, Black Peach, Jadie, Hurik. Katra, Mysterious, Magic, Dendoran, Lukiman, Storm 86, Pitbull 12, Abrahimil, oder wie heißt's, Cassiopeia, Lady Ray, Ingrimsh, Vishnaton, Monkey, Axi 68, Killer Elite, Kappa Kappa, 1983, Dark Death, 666, Bubsiana, The Dissert, Sarah Torte, Florian, 1997, ich komm' ja, Vendolin, Hittendreck, Mark, 162, doch, Lady of Darkness, Lucas 32, Blue Eyes 2000, Blue Magic, Aladin 11, Gyromagia, Gyromagia, Gyro Krieger, Sawvert, Real Steel, das neue Spielabend, 1000, Jonas 2000, das müsste der letzte sein, ah ne, ein Houtini, Adro, ah, der Adro macht das Ende. So, springen wir gleich mal in die Arena, so, ui, scheiße, das lief mir so gut, so. Machen wir hier kurz mal ein bisschen Glücksspiel, los, nein. So, jetzt hab ich erst mal Gewinn gemacht, dann skillen wir das gleich mal hier rein, hier rein, ah, mehr kann ich nicht. So, letzte Jaws, ready, go. Hopp, machen wir einen Grit, ja. Oh ne, oder, nein. Egal, fünf Pilze gehen noch. Nein. Nein. Egal. So, lassen wir das mal. Die tauschen dann mal wieder, und das war's dann auch schon mit dem ersten Let's Play, Shakespeare. Ich werde auch bald wieder ein paar neue Minecraft-Videos rausbringen, werde auch mal gucken, ob ich League of Legends machen kann. Ähm, vielleicht kommt auch noch andere, also Battlefront oder sowas. Ich hoffe auch, dass ich das Resident Evil 6 mehr von dem PC hol, also ich bin noch am überlegen, Xbox oder PC, aber das werden wir mal schauen im November, ist das ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal.